Oh Gott. Ah ja, triff mich noch. Nein. Ich bin gleich schon tot. Die kommen doch wieder. Ach du Scheiße, ey. Ach du Scheiße, verlaufen und inbegriffen. Was? Was passiert, wenn ich die einlege? Ne, was passiert dann dann? One crystal is glowing. Okay. Trotzdem mache ich nicht mehr lange. Ja. Ich finde das Level jetzt schon doof. Wehe. 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 Okay, Zeitrohne. Ja. Erzähl mir was. Mit den Kristallapparaten neben dem gefährlichen Strudel kann das Wasser eingefroren werden. Ja. Ja, habe ich nichts gegen. Zum Einschalten der magischen Apparate braucht ihr alle Rundenschlüssel. Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Nicht allein zumindest. Ich überlege gerade, ob ich mehr davon habe. Ich überlege gerade, ob ich mehr davon habe. Oder so. Vielleicht. Ähm. Hm. 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 Oder so? Vielleicht. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Gegner ja sonst. Nix, Heldensaal und so. Oh, jetzt kommt hier wieder einer hoch. Ihr schützt euch doch nicht etwa. Oder du, besser gesagt. Solange er nicht angreift, alles gut. Alles gut, alles gut. Gut. Ach, nö, bleibt mal weg. Ihr Krampen. Ja. Ja. Ich bin gleich tot. Nein. Don't kill me. Nein, okay, tschüss. Fuck. Ja, vielleicht habe ich ja das Glück, dass ich jetzt nach dem Tod wieder voll bin, komplett. Wahrscheinlich nicht, weil das Spiel mich hasst, wie wir ja wissen. Scheiße. Scheiße und scheiß Level und so. Das variiert echt immer. Manche Level machen echt Spaß. Selbst das letzte hat noch weitaus mehr Spaß gemacht als das hier. Hier mag ich zwar das Level-Design, aber ich mag das Level nicht. Wenn ihr wisst, was ich meine. Wie soll ich denn gegen die vorgehen? Die haben gesagt, ich soll mich verstecken. Oder das Buch am Anfang. Was aber völliger Bullshit ist. Weil ich brauche ja die Prozente. Aber womit? Und wenn die sich dann nicht schützen, dann... Dann und so und überhaupt. Scheiße. Was nehme ich denn da? Das prallt doch immer ab von denen. Ich probiere es damit. Der jute alte Vorschlaghammer. Mäh. Okay. Hü, ha. Nee. Okay. Okay. Ah, da ist jetzt noch so ein Ding davor. Dass es aber später runter geht. Glaube ich. Bin der Meinung, ich habe das vorhin noch nicht gesehen. Oder kann ich dagegen hauen? Hm. Okay. Was haben wir hier? Achso, genau. Genau, genau. Warum geben die dann keine Prozente? Die sind so schön easy. Aha. Okay, wenn es offen ist, muss ich es treffen. Ja, soviel zum Thema Voll. Völliger Quark. Oh Mann. Das dauert ja eine halbe Ewigkeit. Und auf den Planken kann ich auch nicht rennen. Das ist völliger Quatsch. Das ist völliger Quatsch. Das ist völliger Quatsch. Das ist doch kacke. Ich kann gleich wieder von vorne anfangen. Das ist totaler Quatsch. Was soll ich tun? Nichts bringt der Scheiß. Ja, aber ich kann auf den Planken nicht rumrennen. Auf den Planken kann ich nicht rumrennen. Guck mal. Quatsch. Quatsch. Ey. Fast tot. Ich bin jetzt eine popelige Flasche und das war's dann. Wie assi. Bitte. Wie assi ist das bitte? Richtig assi ist das bitte. Ich habe keine fucking Chance, weil ich mich so dämlich im Vorlevel angestellt habe. Diesen kackgehüpfen, Mann. Toll. Und warum sind hier zwei Eingänge? Ich verstehe das nicht. Warum denn bloß? Ah ja, um mich hier nochmal zu überraschen und mir nochmal was abzuziehen. Halt doch die Fresse, ey. Toll. Das kann ich immerhin einmal tot gehen, weil was im Pott ist. Toll. Toll, toll, toll. Nicht. Also fünf Dinger muss ich anscheinend dingsen. Ja, great. Ja, und immer tust du dir weh. Gehst du nochmal auf? Ne. Okay, ich habe das ganz, ganz ungute Gefühl, dass das hier das Monster-Frust-Level für mich wird. Ohne Faxen. Ohne Faxen. I know, it's getting shitty. Halt das Maul. Ist da noch was? Nein. Voll das Let's Die jetzt hier. Let's Die. Ne, der ist hier immer noch. Olle, olle, olle. Oh. Kein Kommentar. Ich hätte gar nicht springen müssen. Ich hätte das eine Mal gar nicht sterben müssen. Bleh. Die fallen dann immer nur wieder ins Wasser. Och, nö. Mann. Ja, natürlich. Es tut mir leid, wenn ich nicht so gespräche. Ich bin gerade, aber ich... Seht ihr, das passiert nämlich, wenn ich spreche. Ach, na geil. Ja. Ich lebe dann jetzt noch drei Sekunden. Ja. Tut mir leid, dass ich nicht spreche, aber ich muss mich voll konzentrieren und sobald ich spreche, tue ich es nicht mehr. Mann, ey. Mann, ey. Ja, da komme ich gar nicht erst durch. Ja. Scheiße. Mächtige Scheiße. Kann man in dem Spiel irgendwie cheaten, dass alle Töpfe voll sind? Geht das irgendwie? Ich glaube, ich werde wieder schneiden müssen, um euch nicht zu langweilen. Scheiße. So macht das keinen Spaß. Ich werde meiner Mami. Nee, ey. Echt. Nee. Einfach nee. Ich habe geahnt, dass dieses Level beschissen wird. Und am beschissensten ist einfach, dass ich keine... Ja, okay. Cheaten, etc. Ich könnte auch einfach in Level, die leichter sind, und mich da auffüllen. Ich glaube, das tue ich, weil sonst habe ich überhaupt keine Chance. Sonst habe ich so absolutely no chance, you know. So, da sind wir wieder mit ein bisschen mehr Health, wie ihr seht. Ein klitzekleines bisschen. Mal gucken, ob ich das jetzt geschissen kriege. Mann, ey. Alter, ey. Kamera. Kamera. Na? 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 Oh, no. Oh, no. Mbuff 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 Ai kaccha Ja Ja I oni ifklah Okay Man Man